Ja, bei uns ist der Fall, dass Menschen, die unseren Raum besuchen und vorher schon viele andere Räume besucht und bespielt haben, oft viel komplizierter denken, als sie es eigentlich müssten. Ja, bei uns ist es halt so, ich möchte mal sagen, jeder, der das Spiel betreut diesen Tag, ist auch Teil des Spiels, wurde da jetzt zu viel zu verraten. Ja, auch da möchte ich nicht zu viel verraten, aber wir sind dabei, eine kleine Erweiterung des Escape Rooms zu machen, eine sogenannte Unendlich-Geschichte eventuell, weil wir einfach denken, unsere schöne Stadt Hameln bietet, einfach mehr Locations als nur ein Escape Room, sondern man könnte eventuell auch draußen viele leben.